Freunde der Nacht, es gibt einen Leberkäse-Spieß mit Bergkäse und Laugen-Coutons. Laugenbrötchen in mundgerechte Würfel schneiden. Bergkäse, idealerweise in solche Balken schneiden. Ein Scharstück-Spieß nehmen, so ist perfekt. Okay? Leberkäse-Bret. So sieht es aus und streicht dieses auf den Käse. Und jetzt in Röstzwiebel panieren und ein bisschen festdrücken. Und so kommt das Ganze in die Pfanne. Einmal wenden. Eine ganz schnelle Soße, zwar eine Honig-Senf-Soße in Töpfchen. Ein Schlückchen Sahne und dazu der beste Senf in meinem Shop. Der kommt mit dazu. Zwei Teile Sahne, ein Teil von diesem leckeren Senf. Aufkochen lassen, ja? Jetzt kommt das Brot mit dazu. Hier rein. Ey, man kann auch Allzweckwaffe dazu sagen. Grob geschonteter Pfeffer. Schön anrösten lassen, okay? Jetzt wird angerichtet. Honig-Senf-Soße. Dann kommen die gerösteten, leckeren Brezen-Krotons dazu. Oben drauf der Leberkäse-Spieß. Pua! Großes Bier dazu. Versprochen. Blitz-Rezeptel. Blitz-Rezeptel.